Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo und ja, ihr seht schon wahrscheinlich eine Folgenlänge, es wird ein bisschen sehr kurz, einfach aus dem Grund, weil das hier einfach nur so eine kleine Informationsfolge ist, ihr seht hier vor mir ist ein bisschen Fortschritt, wir können ja mal vorgehen hier in diesen kleinen Raum. Und ja, die Sache ist halt, ihr seht schon, hier ist nichts weiter und das Problem ist, dass halt, ja, ich jetzt einmal nicht zu viel spoilern will und andererseits halt mein Problem war, ich hatte das Wochenende eingeplant, an diesem Zoo zu bauen, nur um dann halt jetzt feststellen zu müssen, dass ich am Wochenende auf jeden Fall nicht genug Zeit hatte. Ja, ich habe ein bisschen was geschafft, das werdet ihr dann aber Freitag sehen werden und ja, mein Problem ist halt einfach, ich musste wegen Schule ein bisschen mehr machen und so und deswegen hatte ich einfach nicht genug Zeit, um jetzt hier ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bringen, weil nur dieser Tunnel hier für eine 20-Minuten-Folge oder so, wie auch immer man das haben wollte, also nee, das wäre es nicht. Also dafür ist das ein bisschen zu wenig und dementsprechend vertage ich das Ganze nochmal. Ich wollte euch aber jetzt hier auch nicht einfach so auf ein Video warten lassen, was niemals kommen wird, deswegen hier dieses ganz kurze Infovideo sozusagen. Aber ja, wie gesagt, es kommt aber halt nicht heute, weil, ja, heute hatte ich einfach keine Zeit, also ich hoffe jetzt, ich habe Mittwoch ein bisschen Zeit, eventuell sonst so morgen wird schwierig. Ja, Donnerstag habe ich eventuell noch ein bisschen und Freitag morgen hätte ich noch Zeit, also müssen wir mal gucken, wie viel wir hier geschafft kriegen. Aber ich will eigentlich in der ersten Folge zumindest einen Eingang erkennbar haben und das, was ihr hier vor euch seht, ist noch nicht genug für einen Eingang für eine ganze Folge. Deswegen, ja, würde ich aber mal sagen, wenn ihr gespannt seid, was hier im nächsten Zoo hier passieren wird und wie der dann gestalten wird, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr dann die Glocke noch aktiviert werdet, auch benachrichtigt, wenn dann Freitag das Video hochkommt. Und für alle, die es nicht wissen, jeden Tag 17 Uhr, äh, jeden Tag sag ich schon, jeden Freitag und jeden Montag um 17 Uhr einmal unser wunderschönes Planet Zoo hier. Und dann gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr nochmal eine Kerbels-Face-Programm-Folge. Und wenn ihr wollt, schaut da mal rein. Also, ich glaube, das könnte auch was für euch sein, weil ist auch Simulation und ist ziemlich chillig. Ist halt aber nicht mehr zu, sondern Raumfahrt als Thema. Aber ja, könnt ihr mal reingucken. Aber dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle jetzt, mhm, ja, liken ist hier vielleicht nicht ganz so angebracht, weil, ja, ist halt einfach nur ein Infovideo. Aber dann auf jeden Fall das Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal und ciao.